Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf Sporttotal. Samstag 13.30 Uhr, Regionalliga West, hier auf Sporttotal und auf Hashtag dabei.tv. Einen wunderschönen guten Tag, sage ich erst einmal an euch, an Sie da draußen. 3-4-3, dann hättest du im Zentrum gegebenenfalls Unterzahlsituationen, die du dann anderweitig kompensieren musst. Das heißt, das hat immer Vorteile, Nachteile und mit einer Viererkette hast du dann natürlich mehr. Und hier ist die erste schwierige Situation für Fortuna Köln und da wäre fast dann das 1 zu 0 hier gefallen. Die erste nennenswertere Standardsituation, aber es fühlen sich schnell aus, langer. Und dann ist es fast schon das, ein seiner Ex-Vereine. Aber jetzt schauen wir erst einmal auf die andere Seite. Sehr gut gemacht, bleibt immer noch dran. Dann, dann Güler und das Stadion schreit Hand. Schauen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Deine erste Reaktion drauf? Boah, ich meine, das wäre schon nicht aktiv jetzt gegen den Ball gewesen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Elfmeter wäre. Ja, Deming sehr gut durchgesetzt. Ja, Hagemann war es. Ja, und dann Güler. Ja, das denke ich auch eher, auch wenn er jetzt nach außen hin sehr ruhig wirkt, sehr sachlich wirkt, dass es ihn natürlich schon mitnimmt. Dass einfach die Ergebnisse nicht so sind, wie er sich das fühlt. Und da gab es einen Rückpass, sieht man ja auch nicht alle Tage. Das ist jetzt verwunderlich, dass er das in die Hand genommen hat. Ja, das hat auch extrem gewundert, auch eine besondere Situation für die Spieler. Ja, hat er schon gepfiffen, glaube ich, deswegen. Und er hat Güler zu früh reagiert. Kegel. Ja, und das... Aber jetzt vielleicht nächste Aktion. Lanius zum Beispiel, der eben auch schon mal zum Kopfball gekommen ist. Kegel. Jetzt Ball ist noch heiß. Aber da kommt noch einer dazwischen. Da hat die Fußspitze von Güler gefehlt, die er nicht mehr reinhalten konnte. Aber jetzt mal Rodriguez-Pieres mit der Ecke. Nächste. Ja, das war zu ungenau jetzt von Marquet. Aber hier hoppelt der Ball, wie du es auch schon vor der Partie gesagt hast. Oh. Ja. Ja, ja. Jetzt macht es sich langsam bemerkbar hier. Zu erwarten hat. Aber jetzt noch mal eine gefährliche Aktion, Güler. Lanius gegen Güler. Direkt mal ein harter Einsatz. Ah, und Lanius hält sich da am Schenkel. Aber es sieht nicht so gut aus. Vor allem mit der Qualität, die natürlich auf dem Platz ist. Ja, muss man einfach die Entwicklung abwarten. Heute machen sie meiner Meinung nach ein vernünftiges Spiel. Und... Hat sich da hinten gehalten. Und hier wird dann auch neuer Spieler auf den Platz kommen. Ja, ja. Also für Lanius war es das. Leider. Bist du denn Freund davon, so junge Spieler dann einfach reinzuwerfen? Also dann auch nicht von Anfang an, oder einfach jetzt quasi ins kalte Wasser? Und zugleich beantworten, denn das ist das 1-0 für den Wuppertaler SV. Da ging es mal schnell über die rechte Seite. Und dann ist es Güler, der das 1-0 erzielt. Schöner langer Ball. Dann zwei Kontakte und dann macht es Güler. Ja, überläuft er den jungen Mann. Zurückgekämpft, beziehungsweise in die Mannschaft. Einer der Lichtblicker. Das sind die Bälle vom Spielball. Ja, das sind die Bälle vom Spielball. Margemann! Pfosten! Und unberechenbar. Ja, und aus diesem Eckball macht Fortuna Köln viel zu wenig. Und dann kommt es hier zu einer Kontermöglichkeit. Und er bleibt am Ball. Das ist das 2-0. Und Deming macht den Deckel drauf. Sehr gut gespielt von Kevin Perez. Das meine ich. Das ist dann dieser Umschaltmoment, wo Fortuna genauso Tempo und Möglichkeiten hat, aber auch zu wenig meiner Meinung nach daraus macht. Lukas Deming macht das 2-0. Und aus einem Eckball. Ja. Und dann tunnelt er sogar noch Andre Weiß. Also, mehr als unglücklich für Fortuna Köln. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja. Und haben wir nie die Meisterschaft. Danke für meine Zeit. Der Hohne, das ist der neue Mann. Ja, schnell. Und hat das Auge für Moritz Montag. Und er weiß, wie man Tore schießt, Montag. Der jetzt den Vorzug schon im fünften Spiel vor Sebastian Patzler bekommen hat. Moritz Montag, der auf jeden Fall auch noch mal Radau gemacht hat. Da wird er schön geschickt, Moritz Montag. Toller Pass von Güler. Und das war die letzte Aktion der Partie. Der Wuppertaler SV gewinnt mit 1-0. Imstand gegen Fortuna Köln.